Hallo, mein Name ist Jörn Langenfeld, ich bin aus der Gitarrenabteilung und ich möchte euch heute eine Powerbizmuth Classic Electric zeigen, in schwarz, mit Tremolo, 24 Bünde, Maragoni-Korpus, Ahorn-Decke, Palissander-Griffbrett, geschraubter Ahorn-Hals und natürlich die bekannten PRS-Locking-Mechaniken die Classic Electric wird allgemein eigentlich als der Einstieg in die PRS-Welt bezeichnet, braucht sich aber hinter den Großen überhaupt nicht zu verstecken, hört es euch einfach mal an. Musik 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 Wenn euch diese oder andere Gitarren gefallen, kommt einfach bei uns vorbei oder geht bei uns auf den auf die Homepage, schaut euch die Videos an, wir freuen uns auf euch. Musik